Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu REC 2, I don't know what to work, won't let's play. 60 Seconds! Wir machen weiter, wir müssen noch bei Zarbomber ein bisschen was erledigen, außerdem will ich... ...ein Schluck Kaffee trinken, bevor es losgeht und... ...ja, außerdem will ich das Danger Zone Achievement endlich mal bekommen. Meine Jüde. Kann ich nicht wahrsteigen? Okay, das sprehen mich mit. So. Hier haben wir nichts Wichtiges. Medi-Kids trinken. In dem Bunker. Essen, Gasmaske und Axt, genau, äh, Axt und Gasmaske, halt in der Reihenfolge ist mir egal. Mary Jane. Und noch ein bisschen trinken. Okay, Radio. Gitarre. Äh, was? Gitarre? Okay, Moment. Äh, nehm ich nochmal trinken mit. Das Gewehr brauche ich. Gewehr. Rein. Karte. Ganz viele Sachen rammen, essen und essen. Nein, ich muss zurück, okay. Okay, ich hoffe, ich habe alles. Ich habe das Buch nicht mitbekommen, oder? Ich glaube, ich habe das Buch nicht mitgenommen, aber das ist okay. Das ist okay. Ich bin echt scheiße beleuchtet, ne? So, schon ein bisschen besser. Auch wenn es echt komisch ist. Ich fühle mich, ich fühle mich echt scheiße beleuchtet. Besser? Keine Ahnung. So ist gut, glaube ich. Meins bin ich so orange. Oh, Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich da gerade runtergeschmissen habe, aber ich habe gerade irgendwas runtergeschmissen. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Wir haben mal das Wichtige. Okay, wir haben eigentlich ganz gutes Equipment, sag ich mal. An sich schon, okay. Dann machen wir mal los. Starten wir. Dann geht's los. Dann packen wir dieses Spiel ab. Was laber ich für den Müll. Okay, wir schicken Instant Mary Jane auf eine Expedition und, ähm... Sollten wir dieses Bunker nicht so rein sein, müssen wir diesem Ding zeigen, wer hier unten der Boss ist. Wir nutzen die Waffe. Dann haben wir die schon mal Schrott. Sehr geil. Die Waffe ist heiler geblieben? Echt jetzt? Ach, komm schon. Mein Sound ist zu laut. Äh. So. Gut. Ja, einen Tag noch warten wir trinken. Ähm. Ja, komm. Wir können denen unsere Karte zeigen. Wir haben noch nichts kaputt gemacht, also von daher, ich weiß nicht, was wir bekommen. Ein Schloss. Das ist schön. Das Buch wäre cooler gewesen, aber egal. Egal. Und ich hoffe jetzt vorbeilig ist, mal nicht hertrinken zu geben. Das wäre nicht gut. Nicht gut! Das wäre ziemlich bad sogar. Ja, doch. Doch, doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bad wäre. Gut, was hat sie mitgebracht? Wasser. Ich will viel Wasser. Sechs Flaschen Wasser. Huh. Die beiden sind hungrig, kriegen sie halt Essen. Wir schicken Ted auf eine Expedition. Wir wissen ja, dass Ted da bleibt, sag ich mal. Dass Ted überlebt. Und dass das Spiel weitergeht. Auch wenn Ted nicht da ist gerade. Mein Sound. Ich kriege hier nicht gut geregelt. So, doch. Jetzt ist es okay. Jetzt ist es okay. Nicht mehr anpassen, Maxi. Nicht mehr anpassen. Gut. Ich weiß nicht, was wir... Sie braucht was zu trinken. Genau. Und sie ist immer noch hungrig. Alter, dann kriegt sie gleich Essen und Trinken. Ja, komm. Vielleicht geht die Taschenlampe ja kaputt. Das wäre cool. Nein, ist sie nicht. Okay. Dann nicht. Ja, sie kriegt Essen und Trinken. Nein, sie hat keinen Hunger mehr, ne? Nein. Oh, cool. Okay, wir hören Radio. Es ist noch heile. Schade. Schade, schade. Jetzt brauchst du wieder Essen. Deine Ernte. Okay, komm. Waffe geht kaputt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Man, sind Sie sicher? Okay, gut. Nichts mit Essen und Trinken. Ja, wir gucken bei den Senioren. Unser Bunker ist nicht mehr. Nein. Okay. Oh, schön. Lösen. Nice. Marjane hat Durst. Ja, ist okay. Danke, Ted ist wieder da. Ei, 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 ei. Ja. Geil. Wir haben endlich mal die Gasmaske kaputt bekommen. Wir haben einen Koffer dazu bekommen, sehe ich gerade. Okay. Hier Dosen essen, eine Flasche Wasser, Karten spielen, Koffer. Oh, geil. So, Ted hat Hunger. Und Mary Jane braucht was zu essen. Allerdings. Äh, was zu trinken. Allerdings können wir noch einen Tag warten. So, und auch wenn Ted kein Durst hat, kriegt er jetzt Trinken. Ted hat noch Hunger. Kriegt halt was zu essen. Okay. Erdbeben, komm schon. Nee, nicht Erdbeben. Oder? Doch, Erdbeben. Erdbeben wäre gut. Wann geht das beides kaputt? Da müssen wir nur noch die Karte kaputt kriegen. Oh ja, geil, ey. Okay, wir hören das Radio. Okay. Magenknot immer noch. Ey, 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 wie viel Hunger hast du denn? Ja, wir gucken in den Safe. Entweder wir verlieren Essen oder wir bekommen Essen. Ich glaube, wir haben Essen bekommen, ne? Nee, eine Flasche Wasser bekommen. Okay, schön. Ähm. Mary Jane ist hungrig. Ted kann wieder rausgehen. Machen wir. Nee, machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nein, warum? Äh, wir müssen was. Geburtstagsgeschenk für Mary Jane. Machen wir mal nicht. Ich glaube, sie kann auch die Karte kaputt machen, ne? Oder ist das nur Ted? Nee, eigentlich kann jeder, der verrückt ist, die Karte kaputt machen, glaube ich. Ah, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, ein Tag können wir noch Warten betrinken. Ein Erdbeben, geil. Jetzt ist nur die Frage. Mache ich beides kaputt? Oder hoffe ich, dass das Radio vom Hören einfach kaputt geht? Ich glaube, wir retten das Radio. Nein, wir machen... Nein, machen wir nicht. Wir retten das Radio nicht, nein. Gut, wir müssen nur noch die Karte kaputt kriegen. Und unser Medikit benutzen. Wir müssen was trinken. Ja. Aber da stimmt irgendwas mit Essen, ne? Nee, ne? Nee, okay. Wir brauchen keine Expedition machen. Pancake, komm! Lass die Karte kaputt gehen. Nein, schade. Ach, schade. Mary Jane hat sich ausgeruht. Beschwert sich heute nicht. Okay. Lass die Karte kaputt gehen. Ja, wir benutzen das hier. Gegen die Spinnen, würde ich sagen. Komm schon, irgendwer muss verrückt werden. Wir haben Essen bekommen, okay. Komm, das Danger Zone ist schief, mint. Komm schon. Äh... Nein. Das machen wir nicht. Denn wir sind reich. Wir sind übel reich. Wir haben fast alles. Das einzige, was uns fehlt, ist Munition. Das Spray hatten wir bis eben noch. Und das Brettspiel. Mehr fehlt uns nicht. Wir haben sogar übel viel Essen und Trinken. Ach, das ist echt krass. Ja, gut. Trinken kriegen die später. In zwei Tagen. Komm, ey. Ich will es schaffen. Ich will es schaffen. Außerdem will ich... Pancake will ich auch gerne holen. Auf jeden Fall. Gut. Essen kriegen sie im nächsten Tag. Auch mit dem Trinken zusammen. Ja. Zwei Flaschen Wasser. Muss ich spielen? Wir haben vier. Ah, okay. Komm. Wir spielen mal. Nein. Ich habe doch... Ach, Mann. Ach, ich wollte doch aufdrücken. Oh, Mann. Ah. Essen und Trinken. Äh, was? Keiner von uns kann richtig schlafen. Ach so. Nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Mary Jane ist verrückt. Okay, schön. Das ist gar nicht mal bad. Das ist gar nicht mal bad. Immer noch hungrig und immer noch hungrig. Okay. Kriegen die beiden halt noch essen. Und... Pancake ist wieder da und wir können den Verbandskasten benutzen. Leute, wir müssen nur noch die verdammte Karte... Nur noch die Karte kaputt kriegen. Mary Jane ist nicht mehr verrückt. Mary Jane ist nicht mehr verrückt. Warum? Komm schon. Ich will diese Karte kaputt kriegen. Ja, wir gucken in die Luke in der Decke. Und es wird nur noch eine Sache, Leute. Wir haben ein neues... Dein Ernst? Okay, wir haben ein neues Medikit. Nein, das machen wir nicht. Das müssen wir nicht machen. Außerdem ist die Gefahr groß, dass wir neue Sachen bekommen. Eine Gasmaske oder so. Und das wäre ja nicht gut. Das Buch fehlt uns auch noch. Stimmt. Einen Tag können wir nur mit trinken. Noch warten. Genau. Wir müssen irgendwen rausschicken. Ohne Gasmaske. Damit die Person krank wird. Und wir sie wieder heilen können mit dem Medikit. Ja gut, jetzt kriegen sie trinken. Genau. Könnten... Nein, Ted will ich nicht rausschicken. Warte mal. Hier unten reichen... Heute Ziegel aus der Wand gelöst. Wir gucken nach. Dadurch wird der krank. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Schade. Aber wir haben Essen bekommen. Okay. Kann Mary... Mann, Mary Jane. Komm schon. Sei wieder normal. Sei wieder... Ich meine... Also nicht normal. Sei wieder... Fit. Sodass du rausgehen kannst. Wir starten einfach mal eine Expedition. Wir müssen ja keinen rausschicken. Äh... Mary Jane hat sich eine Verletzung zugezogen. Nice. Dann würde ich doch keinen rausschicken. Schön. Immer noch nur noch die Karte, Leute. Immer noch nur noch die Karte. Geil. Sehr, sehr geil. Ein Tag können wir noch mit Trinken warten. Nein, wir schicken Pancake noch nicht nach draußen. Erst wenn wir das Achievement haben. Nicht, dass wir uns wieder eine Taschenlampe mitbringen und wir die dann wieder nicht kaputt kriegen. Trinken. Ich muss mich konzentrieren. Ich darf nichts falsch machen. Nicht irgendwie irgendwem... Also Ted zum Beispiel vergessen, Essen zu geben oder Trinken zu geben. Das wäre nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Komm schon, Feuer muss ausbrechen am besten. Dann ist nämlich die Karte futsch. Nichts Neues mit den Leutchens. Alles klar. Jim, graben... Ja, komm. Nee, komm. Wollen wir Steine kaufen? Nein, wir wollen keine Steine. Wieso laggt das gerade ein bisschen? Jetzt nicht mehr, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Wieso hat es gerade ein bisschen gelaggt? Das fühlt sich immer noch laggy an. Das fühlt sich immer noch ein bisschen laggy gerade an. Warum auch immer. Nein, wir gucken nicht in den Koffer. Komm schon. Die Karte muss irgendwie kaputt kriegen. Die Karte muss irgendwie kaputt gehen. Wir können noch einen Tag warten, mit Essen und Trinken. Wir haben so viele Vorräte. Wir müssen nicht mal wen rausschicken. Wir könnten sogar diesen Run putten. Oder die 111 Tage überleben. Das wäre auch geil. Zwei Achievements wieder zu bekommen. Das wäre schön. Das wäre schön. Räuber. Nein. Wir schließen ab. Genau. Wir schließen ab. Schön. Genau. Nein, wir lassen ihn nicht nach draußen. Das können wir nicht machen. Sonst bringt er uns wieder irgendwas mit, was wir nicht gebrauchen können. Das wäre nicht gut. Wir müssen diese Karte kaputt kriegen, Mann. Wir müssen diese Karte kaputt kriegen. Andere Namen der Freiheit umzubringen. Äh. Nein. Was habe ich für eine E-Mail bekommen? Auch das Video ist hochgeladen. Okay. Sehr gut. Komm schon. Irgendwie. Boah, Wut oder so. Die Karte kaputt machen. Räuberbande angegriffen. Nein. Wir nutzen die Axt. Bei dem nächsten Angriff können wir eh nichts machen. Aber ich hoffe, dann wird nur Mary Jane entführt. Gut. Sie haben Hunger. Sie kriegen was zu essen. Nein. Wir gucken uns den Lederkoffer nicht an. Komm schon, Alter. Komm schon. Ich will dieses Achievement. Sie kriegen trinken. Ha. Komm schon, bitte. Warte mal. Wir können nichts machen. Sie haben Pancake. Pancake hat uns bestimmt. beschützt. Stimmt. Huh. Immerhin. 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 Schade, dass Pancake jetzt nicht mehr da ist. Und zwei Suppendosen. Wie viel Essen haben wir denn noch? Wäre eigentlich ganz geil, ne? Ja, komm. Wir versuchen es mal. Okay. Wir haben zwei Suppendosen bekommen. Komm, schön. Bald sollte Ted was trinken. Okay. Man. Kann nicht mal einer von den beiden verrückt werden? Das wäre ganz nett. Das wäre echt ganz nett. Sobald müssen sie trinken. Sobald müssen sie trinken. Oh, scheiße. Plünderer. Bitte nehmt uns Essen und Trinken weg. Mary Jane ist weg. Okay, kacke. Sie haben Mary Jane geholt. Ich habe keine Munition für dich, alter Mann. Ach, komm schon. Geh weg. Geh kaputt. Bitte. Bitte. Spiel, tu es für mich. Mann. Aber wenn es nicht funktioniert, dann habe ich jedenfalls einen Namen für den Bart. Nur die Karte fehlt oder so. Irgendwie sowas in der Art. Scheiße. Ende. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Mann, das, alter, es kommt aber auch irgendwie alle vier Tage dann Räuber, ne? Und wie soll man das denn noch schaffen? Mann, das kann man doch gar nicht schaffen, oder? Oh, Mann. Oh, das ist so unlucky. So unlucky. Ah, das regt gerade auf, ey. Das regt gerade auf. Aber gut, Leute. Ich hoffe, euch hat ein paar trotzdem gefallen. Uns fehlt nur noch die verdammte Karte. Gut, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na.